Wir haben uns spontan dazu entschieden, das Wochenende in Ahmed zu verbringen. Ahmed ist ein kleiner Ort im Nordosten von Bali. Wir waren 2019 schon mal dort und haben uns in den kleinen Ort verliebt, denn besonders die Unterwasserwelt ist dort wirklich wunderschön. Wir haben uns überlegt, wir nehmen euch jetzt das Wochenende lang mal mit, machen einen kleinen Kurztrip dorthin und zeigen euch unsere ersten Eindrücke von Ahmed. Wir sind gerade bei unserem Frühstück, stärken wir uns für die Fahrt jetzt gleich, denn es geht ja wie gesagt nach Ahmed, ein sehr spontaner Trip. Wir haben gestern Abend um 10 Uhr gebucht und haben uns entschieden, dass wir wirklich fahren. Wir haben jetzt unser Essen hier insgesamt 5 Euro bezahlt. Das ist eigentlich unser Frühstücksspot hier, warum local? Also klar, jetzt geht man alle, die hier in Bali frühstücken gehen wollen. Ab 10 Uhr könnt ihr gerne hin kommen. Super günstig, super gut. Also wir sind jetzt fast aus dem Changu-Verkehr raus und das ist auch eigentlich das Schwierigste, was man machen kann. Also das Changu-Rausfahren dauert wahrscheinlich am längsten. Und dann sind wir auf dem Weg. Und damit. Kurzer Zwischenstopp bei unserer Arschbackenwegung. Wir haben zwar unseren Dollar geuprailt, wir hatten ja vorher eine Vario, da war es wirklich nach einer Stunde, ging es gar nicht. Jetzt sind wir zwei schon unterwegs. Jetzt fängt es so langsam an zu sehen, weil wir sind jetzt gerade am äußersten Rand von Bali, an der Ostküste. Ja, an der Ostküste. Und wir wissen schon von früher, dass es hier mal richtig schön ist. Hier ist es so richtig urlaubsmäßig gebaut, aber nicht wirklich so für den ausländischen Tourismus. Es sind sehr viele lokale Indonesier, die hier immer sind. Und das ist sehr schön. Also wir gehen jetzt ein bisschen ans Wasser, gucken uns mal die lokalen Shops an, was sie zu verkaufen haben. Resten ein bisschen unseren Hintern und dann geht es auch weiter. Ich glaube, wir haben auch eine Stunde nach Ahmed und dann sind wir auch da. Wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo, einfach in der Nähe von Candidasa. Hier gibt es auch so ein Natural Salt Market, das heißt, wenn ihr hinkommt, könnt ihr da auch ruhig mal stoppen. Wir haben jetzt nicht da angehalten, aber das soll ganz cool sein, weil man kann da so Salz, die Salzherstellung beobachten und dann auch Salz als Souvenir kaufen. Auf jeden Fall kann man ein bisschen weiter winden, dann einfach stoppen. Und hier ist einfach so ein schöner Strand mit so schönem Meer, also wirklich einfach traumhaft. Und direkt daneben hat man ganz viele kleine Buden, wo man sich Essen und so weiter kaufen kann, einfach um mal ein bisschen zu stoppen und den Popo zu entspannen nach der langen Fahrt. Also wirklich, wirklich schön. Wie einigen von euch bestimmt bewusst ist, ist es so, dass Bali eine Vulkaninsel ist. Also wir haben den Mount Batur hier, der ein Vulkan ist, ein aktiver Vulkan sogar. Der ist, ich glaube, das letzte Mal 2017 ausgebrochen. Und demnach ist das eine Vulkaninsel und demnach werdet ihr hier keine goldenen, gelbenen Sandstrände finden, sondern die meisten Strände in Bali sind tatsächlich schwarz. Wir sind vorhin falsch abgewogen und jetzt irgendwo nirgendwo landet. Aber Google Maps zeigt uns immer noch den Weg, wir sind gerade so einen Schotterweg lang gefahren. Aber es ist wunderschön hier, es fehlt jetzt, es ist so schön. Und wir haben jetzt hier mit Alexi dabei, unseren neuen Voller, und die hat es geschafft. Wir mussten wirklich so steil aufwärts fahren gerade, aber schaut euch mal an, wie schön ist das? Wir sind da, Leute. Willkommen rein, spaziert zu unserer Kunterkunft, unserer Unterkunft hier in Amet. Leute, wir haben spontan gestern Abend eine Unterkunft hier gebucht, ein Guesthaus, das heißt Guesthaus Karma, glaube ich. Und wir zahlen für zwei Nächte 14 Euro plus die Airbnb-Gebühr. Marc hat das gebucht und das war... 14 Euro pro Nacht, Clara. Ach, 14 Euro pro Nacht. Also wir zahlen für zwei Nächte circa 30 Euro. Und das ist so unser Zimmer. Wir haben hier einmal ein sehr lokaliges Bett, haben uns gerade schon einmal drauf gepflanzt. Dann haben wir einen kleinen Kühlschrank. Leider riecht das Holz nach nassem Hund und das Zimmer generell riecht nicht so frisch. Aber die Gastgeber sind unfassbar nett und wir sind ja auch nur zwei Nächte hier, von daher ist es okay. Ich zeige euch jetzt einmal das Badezimmer. So richtig balinesischer Style, ne? Sehr, sehr dunkel alles. Nichts passt zusammen. Aber das ist ja egal, ne? Also guckt dir mal die schöne Fußmatte an. Baby Tiger. Genau, so sieht hier unsere Unterkunft in Amet aus. Wir haben uns wirklich was Günstiges genommen. Es gab auch andere Sachen für 60 Euro die Nacht oder so. Ich dachte jetzt, wir haben uns wirklich was gegönnt. Wir haben uns wirklich immer was gegönnt, Leute. Wir sind jetzt hier gerade im Zeitun-Restaurant und ich möchte euch jetzt mal einen kurzen Trick erklären. Wenn ihr in einem Restaurant essen geht und nicht wisst, was ihr essen wollt, dann geht ihr hin, sucht das Restaurant auf Google Maps und dann geht ihr hier auf die Fotos und könnt dann oben auswählen, ob ihr Essen und Trinken gesehen wollt. Und da könnt ihr dann einfach schauen, sieht es gut aus, sieht es nicht gut aus. Leute, das sind Tricks, die lernt ihr, wenn ihr die ganze Zeit am Reisen seid. Dann zeig ich euch. Hört auf die Lara, sie ist der absolute Food-Experte und Hotelrezensionen-Experte. Also die Lara kümmert sich eigentlich um all unsere Unterkünfte, um all unser Essen. Also quasi alles, wo man was vergeigen kann, wo es um Kundenservice geht. Darum kümmert sich die Lara. Die Unterkunft heute habe tatsächlich ich gebucht. Die stinkt. Seht ihr, das ist wieder meine Schuld. Unser Essen ist jetzt angekommen. Ich habe mir einmal hier die Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse bestellt und mache einmal Katara-Püree mit Fisch. Und da sind wir jetzt am Strand angekommen. Und zwar vielleicht 500 Meter von unserer Unterkunft. Wir verlinken euch hier unten einmal rein, wie der Strand heißt. Da waren wir schon damals und man kann auf jeden Fall hier sehen, dass hier Leute am Schnorcheln sind und auch ein paar Boote draußen. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, wir hatten am Strand schon mal kurz abdeckt gesehen, dass es super müllig war einfach im Wasser. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall echt ekelig. Wir sind dann noch eine zweite Runde geschnorchelt, da war es wirklich gut. Aber ja, das ist schon echt traurig. Das ist eine meiner Lieblingsaussichten in Ahmed mit dem Mountain Gong. Ist so schön. Lara und der Kampf der Ameisen. Gleich kommt Ant-Man und dann boxt er dich. Ich habe Angst, dass wenn ich dann später in den Himmel komme, dass die ganzen Tiere, die also Insekten, die sich jemals getötet haben, dann auch alle da sind. Lara kennt Ant-Man nicht, deswegen hat der Joke nicht gezogen. Nein, wer ist Ant-Man? Ant-Man ist so ein Superhero, der sich so klein machen kann wie Ameisen. Dann sind das seine Verbündeten und so. Vielleicht sollten wir das schauen. Ist das ein Film? Ja, das ist gerade der zweite Teil, Neurons. Ach der? Habt ihr schon geguckt? Kommentiert mal unten in die Kommentare, ob es dir lohnt. Ich finde es ein bisschen zu abgespaced so. Wobei Marvel ist immer ganz gut, aber DC mag ich nicht so gerne. Ich habe gar keine Ahnung, was da unterschiedlich ist. Marvel ist, wie heißt der nochmal, Deadpool. Deadpool, richtig cool. Richtig witzig, haben wir richtig gemacht. Anyways, wir enjoyen jetzt hier am Jolly Best View Café. Da waren wir auch schon vor zwei Jahren. Wir machen eigentlich genau die gleichen Sachen wie vor zwei Jahren, weil es uns einfach so gut gefallen hat. Deswegen machen wir es aber normal. Meine Nase gering. Ein Fisch. Lara's Fisch sieht richtig gut aus. Ich glaube, ich klaue dir einfach die Hälfte. Und die Aussicht ist nicht gut aus. So Leute, wir sind jetzt nach unserer Massage. Ich habe eine Reflexzone-Massage. Ich hatte eine Aromatopie-Massage, wo du beim Massieren so einen Geräuschertreifen in die Nase bekommst mit Aromatopie. Ich weiß nicht, ob das so gesundheitsfördernd ist, deswegen will ich an eurer Stelle nicht so an die Nase-Massage. Wir trinken auf jeden Fall hier noch einen Tee, einen Ingwer-Tee und dann Leute... Und wir sind hier beim Andern-Ali-Spa. Genau. Mit dem Massage, der L10-Arm und der Haltopie kostet. Deswegen Leute, abonniert den Kanal, lasst ein Kalik da für den Algorithmus, kommentiert was Schönes und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bye-bye. Guten Morgen, ihr Lieben. Also wir sind jetzt schon fast fertig hier im Hintergrund, an Marc, alles zusammengepackt. Wir fahren nämlich jetzt los. Wir verbringen das Wochenende nicht in Canggu, aber auf Bali und wir freuen uns mega. Wir hatten uns jetzt eigentlich echt vorgenommen, dass in der Zeit, die wir auf Bali sind, dass wir da mehr Trips machen. Weil wir hatten in der letzten Zeit das Gefühl, dass man Bali dann irgendwie nicht mehr so richtig als Urlaubsort ansieht oder irgendwie auch die Schönheit von Bali vergisst, wenn man so viel Zeit hier verbringt. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen wieder mehr Wochenend-Trips. Und ja, wir nehmen unsere Kamera mit und dann werden wir alles schön vloggen und hoffentlich ein bisschen Schläucheln gehen und ein bisschen zur Massage gehen. Das letzte Mal, als wir in dem Ort waren, waren wir bei einer ganz, ganz tollen Massage und ich hoffe, dass die diesmal genauso gut ist und darauf freuen wir uns schon mega. Und ja, wir nehmen euch gleich mit und dann seht ihr auch, wohin es geht. Marc, jetzt hier hatten wir gerade die UNO-Regeln. Leute, das ist ein Game Changer. Nehmt euch ein Kartenspiel mit, sowas wie UNO Express oder so, weil wenn ihr hier im Restaurant wartet, dann könnt ihr einfach zocken und dann vergeht die Zeit viel schneller. Marc, ich möchte halt heute gerne wieder verlieren. Naja, wir haben's gut, ne? Und wir sind ja auch fleißig am Filmen für euch. Was hast du bestellt? Den Sieg. Okay. Können wir das nochmal wiederholen? Auf die Kamera? Komm. Bitte. Er lässt immer noch. Das ist doch krass. Jetzt ist eine Kamera wieder. Willst du das extra nochmal nachspielen? Ja. Achso. Ja, mach. Ja. Schön schnell Brot. Und dann hab ich Brot gelegt. Ne, das stimmt nicht. Das ist schon der falsche Moment. Aber es geht trotzdem. Hey, was soll ich denn jetzt machen? Ohne letzte Karte. Ohne Ahnung. Das hat ein sehr gutes Blatt. Glückspilz. Schäferzug. Das hat zwei tied, das hat einen spannen. Ohne Ahnung. Ohne Ahnung. Wo ist es. Ohne Ahnung. Ich bin Hahn. Ohne Ahnung. Ohne Ahnung. Bis zum nächsten Mal.